hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen video von mir ja ich möchte euch hier so einen kleinen einblick geben von unserem poster design was wir erstellt haben für die meisterschaft und ja ich beginne hier einmal das ist unser tag 1 hier werde ich jetzt einmal die nägel einmal verlängern wir werden ein ziemlich schlichtes hochzeits design arbeiten mit ein bisschen nail art ein paar steinchen ich finde für eine braut für eine hochzeit schlichte nägel schöner als wenn es dann zu viel ist es wird zwar viel spitze sein hier habe ich jetzt einmal die nägel schon einmal in form gefeilt und ich werde hier jetzt einmal von alpha nails die sticker verarbeiten das ist so ein schönes spitzen design die finde ich sehr sehr schön und da werde ich gleich noch ein paar perlen und steinchen einlegen und ich finde für eine braut muss es nicht unbedingt zu viel sein es ist natürlich jetzt hier ganz viel spitze aber es soll ja auch ein ausgefallenes poster design werden deswegen haben wir natürlich an jedem nagel jetzt eine spitze eingelegt würde ich jetzt einer an einer braut die nägel machen an einer richtigen braut würde ich vielleicht etwas weniger spitze einlegen vielleicht noch ein zwei nägel french machen ja so das ist so der plan für unser poster der plan für unser der plan für unsere der plan für unsere eine eine die die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020